Musik 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 Klopp nehmen Auch wenn ich da mit dem Stick draufgehe oder was Ah ok Ah Ah ok gut zu wissen Weiß ich das auch Also so mit irgendein Lot von Hexit Setz ich mal Und Und Wo haben wir denn? 7 Warte ich guck mal ob man den nicht irgendwie Herstellen kann Was mit einem Feuerstein Ein Ton Auf Alka hast Und ein Redstone Ach du Scheiße Magma Cream Gosträne Scheiße habe ich nicht oder? Ah Gosträne Scheiße habe ich nicht oder? wie kann ich das als Inventar beziehen ah, weiß ich nicht Worte sind's ne, die Gastraining habe ich natürlich nicht vielleicht finden wir so ein Buch in den Turmen, in den wir gleich gehen oh, davor baue ich euch Pfeile und ich hab hier wieder meine schlaue Seite neben mir wo ich ja letztes mal aufgehört habe mit den Themen da waren wir ja letztes mal beim FC Bayern und da kommt dann als nächstes die Playstation 4 versus die Xbox One sehr umstrittenes Thema in der letzten Zeit also ich würde mir sogar beide weil ich finde das Kinect von der Xbox finde ich richtig geil aber ich finde natürlich auch gleichzeitig die Spielqualität von der Playstation 4 die ist einfach extrem geil und die reicht dann auch für die nächsten ich sag einfach mal 10 die 10 nicht vielleicht zu viel aber die die Hardware die reicht einfach viel viel länger aber denn denn man sagt ja auch dass die Playstation 4 für wahre Zauber ist also für die wo auch wichtig was rausnehmen sozusagen aus der Playstation 4 wo wir hier richtig gute Quali und alles haben möchten also dass auf jeden Fall die Playstation 4 die Playstation 4 vielleicht ändert sich dann noch was ich kann es auch nicht sagen vielleicht vielleicht der Hum aber aber ich würde mir auf jeden Fall weil ich kann mich nicht so richtig entscheiden weil ja irgendwie vor allem kommen ja auch so geile Spiele kommen dann halt entweder auf der Playstation oder halt auf der Xbox da braucht man halt auch irgendwie beide um das Geld um das Geld geht es mir jetzt nicht aber es geht halt allgemein darum es geht halt nach der Spiegel kommen raus ähm ja wie ich also Lukas jetzt bin ich sehr gemein Lukas hat sich ja bei Playstation 4 gekauft ähm wir wissen nur nicht vielleicht auch noch eine und dann überlegen wir auch noch eine zu kaufen wenn es die schon Handel gibt ich weiß es nicht hab ich noch nicht gesehen ähm aber dann würden wir auf jeden Fall da auf wenigstens ein paar ein paar Projekte machen das sind wir wieder von Deutsch in Deutsch also wir würden da ein paar Projekte machen und dann ähm mussten wir dann noch kommen wir mal aufnehmen weil wir bisher immer nur mit PC aufgenommen haben und mit der Konzone eigentlich noch nie wirklich nur ne gar nie niemand von uns aber wenn ich jetzt sagen würde Playstation 4 gegen Xbox One ich würde wirklich sehr schwer ähm also ich würde ich würde voraussichtlich auf die Playstation 4 holen einfach von von der Qualität was die hergibt an Hardware und alles mögliche und hat die einfach einen kleinen Ticken ist die halt weiter vorne wie die wie die Xbox One aber es gibt natürlich solche Leute die zum Beispiel auch trotz der Playtech die Xbox kaufen denn sie haben ja schon immer Xbox gespielt es gibt ja solche Leute die haben halt dieses Ritual immer das zu nehmen was die halt schon kennen klar machen nicht man kann es machen muss es aber nicht aber ich habe eigentlich gesagt auch nichts gegen die Xbox One wie gesagt ich würde mir beide holen ähm aber dann würde ich zum Beispiel oder so so man sagt ja auch dass die Controller von der von der Playstation 4 die sind jetzt total handlich und total klein aber man sagt ja schon schon ähm schon früher dass die Xbox Controller besser wären weil da ja die ähm die Hebel nicht die gleichen Höhe sind und ähm ich weiß nicht ob das jetzt geht oder also warum ich mich da jetzt total für tue aber soweit ich weiß kann man einen Xbox Controller nicht an die Playstation anschließen oder ich frage es jetzt nicht frag mich nicht falls ich da irgendwie falsch liege oder falls ihr da weitere Informationen habt könnte ich mir natürlich gerne schreiben und wir haben gleich den ganzen Kies hierzu an Feuerstein gemacht ne wie heißt es denn noch Feuerstein dann könnten wir uns nächstes mal ein paar Pfeile machen Pfeile machen jetzt kommt nichts mehr doch da kann man Pfeile machen Pfeile machen ich hab kein Plan jetzt müsste ich nachgucken was sie da meint aber ich meine natürlich nicht Pfeile machen dann würde ich dieses Video höchstwahrscheinlich schauen würde ich einfach mal einen Kuss an Trissi hier mit ich glaube so so man kriegt ja ich glaube alles und wenn man das nicht craftet wird ich glaube ich feine hier oder nicht ja komplett falsch ich hier mal mit dem inschau wie ich glaube ich bin da kann kein Feuer steigen mehr raus ja komm ja komm ähm das reicht nicht da das trägt aber äh wie macht man die so ne so auch nicht so ah oh ok das ist viel so so das war glaube ich jetzt warum auch immer kann ich es euch nicht sagen und das Boot Essen auf jeden Fall Essen die Axt nicht und auf jeden Fall Backpacks so auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall ist so es so wie das wie es das 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 Vielen Dank.